Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit beim Let's Play zu June 2000. Und genau, wir waren jetzt hier bei der vorletzten Mission der Harkonnen. Und wir bauen uns hier schon ganz ziemlich geil unsere Armee auf, muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Und weg damit. Danke. Super toll. Kann ich direkt nachbauen. Aber der macht nicht viel. Genau, Leute, und wir werden hier direkt angegriffen. Das ist natürlich, jo. Aber das ist gar kein so schlechter Zeitpunkt, weil dann nehme ich mir gleich die hier. Mach damit schon mal die ganzen Verteidigungsanlagen platt. Eins, eins, eins. So. Und... Batz! Wie ist der eigentlich hier reingekommen? Wie ist der hier reingekommen, ey? Naja, egal. Sammler bitte nicht da oben. Bitte hier. Oder hier. Genau. Nicht da oben, Leute. Das ist zu gefährlich. Gut. Würde ich sagen... Äh, wo jetzt? Wo jetzt, Leute? Ach, schon mal schön angeschwicht hier. Das ist schon mal gut. So. Ähm, der kann hier mit drunter. Ja, weiter die dicken Teile bauen. Das hier ist die Outdoors-Basis, Leute. Ist nicht so groß. Aber hier oben ist noch irgendwo eine Atragitis-Basis versteckt. Und deshalb baue ich mal jetzt hier mir ein paar Trikes. So, Leute. Immer weiter bauen. Ja, ja. Der will wieder nerven. Da will er mit einem Trike nerven. Naja, gut. Ne, nicht nur mit einem Trike. Gut. Dann hau den direkt wieder ab. So. Und den hier auch. So. Dann kann er mir schon mal da nicht mehr auf den Sack gehen. Gut, Leute. Ja, freut mich, dass ihr wieder dabei seid bei June 2000. Ähm, ich hoffe, es geht euch gut soweit. Mir geht's sehr gut. Ich nehm's nach wie vor an diesem Ostersonntag auf. Äh, auch wenn's, äh, der, wenn der Upload erst am, ähm, ähm, ja, am, äh, äh, oh, dat ist gemein. Am, wenn der Upload erst am Freitag kommt, so wollte ich das sagen, genau. Das war gemein, Leute. Da hat er uns ein dickes Rohr geklaut. Ja, sehr gut. Mann. Ne, nicht da hin, Leute. Hier, oder, geht doch hier hin. Dickes Rohr bauen. Tch, tch. So. Ach, du Kacke, ey. Das ist wirklich... Die passen da gar nicht mehr durch, ey. So heftig. Was macht ihr denn da? Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht aus Versehen den Selbstzerstörungsknopf drücke. So, dann fährst du mal bitte da hin. Aha, da ist der Order-Sabbler. Geil. Jawohl, dann. Dann. Und tschüss. So, Leute. Gut. Dann fahrt ihr mal bitte hier hoch. Äh. Blöde Wüstentruppen. Verdammt nochmal. So, dann kommt ihr mal hier hin. So. Leute. Gut. Weiter dicke Rohr bauen. Ah, der hat's nachgebaut. Ah, der hat's nachgebaut. Ah, verdammt. Der hat seine Hightech-Fabrik nachgebaut, der Penner. Naja, gut, Leute. Ähm. Unsere Angriffsarmee wächst auf jeden Fall. Schaut euch das mal an. Das ist so heftig. Ha, ha, ha. Und, ja. Würde ich mal sagen, speichern nochmal. Oh, die Mucke ist grad so geil. Ich würd jetzt so gern losmarschieren. Oh, eine Todeshand. Sehr schön. Mach die mal hier drauf. Sehr schön. Wir haben... Da ist sie. Da ist unsere Atomrakete. Sehr schön, Leute. Dann. Fünf Quatz. Einfach. Und Quatz nach oben. So. Los. Melde mich wie wir vorhin. Sehr gut, Leute. Dann kommt sie ja gleich hier raus, ne? Genau. Das ist sehr gut. Oh. Wie viel hält denn das Ding aus, ey? Die hat doch jetzt echt gut getroffen, die Rakete. Verdammte Hacke. Das Teil hält echt viel aus. Oh, die Mucke ist grad geil. Ja, aber... Leider nicht zu marschieren, da. Oh, ich hab nämlich noch keine Armee zusammen. Keine genug Armee. So. Ich würd sagen, ich... Ich rolle erst über die Orders drüber. Dann nehm ich mir die Trikes und erkunde hier oben. Genau, Leute. Äh. Wieder voll hier vorm Gegner, ey. Mensch. Dann nochmal. So, Leute. Gut. So, da kommen meine anderen in Quatsch. Und ich glaube, dann können wir sogar mal los. Genau dann, wenn die Muckriff zu Ende ist, ja. Ja, super. Oh. Kommt ihr mal bitte nach Hause, ja? So. Kommt mal beide nach Hause. Der will nämlich auf die anderen Sammler. Auf den anderen Sammler. Nein! Oh. Das ist doch bescheuert, wirklich. Ah, gut. Der fährt schon. Der fährt schon. Okay. Alles klar. Gut, Leute. Dann, würd ich mal sagen. Cool. Dann haben wir hier unser... Oh. Was soll gerade Team 1 sagen, ne? Gut. Dann, Sammler. Kommt mal da raus. So. Und. Was macht der da jetzt? Gut, Leute. Dann, würd ich mal sagen. Haben wir jetzt hier unser Team 1. Hier unser Team 1. Und hier unten unser Team 2. Hohoho. Alter Schwede. Gut. Okay, Leute. Dann wisst ihr was. Die müssen sich da eigentlich komplett sammeln. So. Los. Oh ja. Ist ja gut. Gut, Leute. Ähm. Team 1. Mach mal bitte diesen Kack-Deviator da weg. So. Leute. Schneller. Bevor der schießt. Sehr gut. Den hier auch bitte. Damit der mir ja nicht hier die, äh, dicken Dinger klaut. So. Gut, Leute. Team 1 kann hier die Vorarbeit machen. So wie ich es auch in der letzten Mission gemacht habe. Eignet sich jetzt sogar noch besser, weil es ja gegen die Orders geht, ne? Und die schön ihre Deviatoren verbrauchen können. So. Leute. Macht ihr denn da schon wieder? Fahrt doch mal da hoch, Mensch. So. Genau. Leute. Dann schnell den Deviator wegmachen. Sehr gut. Dann so. Sehr gut. Dann können die nämlich hier die Drecksarbeit machen. Und das, und die dicken Dinger da, die können dann gleich, jo, einfach reinfahren und drüber rollen. So mache ich das, Leute. Gut. Allerdings nochmal kurz zwischenspeichern. Mission 8. Und dann jetzt hier die ganze... Och, du Kacke. Wie viele Türme der hier hat, ne? Schaut euch das mal an. Neue Anweisungen. So, der Turm ist weg. Oh, da ist noch ein Dings. Ja, der Borti natürlich jetzt wie verrückt, ne? Ist klar. So. Wo wird mein Sammler schon wieder angegriffen? Ihr drei, kommt mal bitte nach Hause. So, Leute. Oh. Warte, warte, warte. Jetzt kommt der Atreides-Typ dem zu Hilfe. Okay. Das ist jetzt aber unfair. Ah, er hat seinen Luftangriff geändert, Leute. Was versucht der denn? Ja. Mann. Nerv nicht rum hier. Wirklich. So. Ähm, gut. Ihr könnt weitermachen. Jetzt kommt der Atreides. Jedes Typ dem zur Hilfe. Das ist unfassbar. Aber gut. Dafür sind ja die, äh, das Team 1 ist ja dafür da. So. Leute. Ihr könnt hier jetzt reinrollen. So. Wutz. Sehr gut, Leute. Und dann schön mit den dicken Dingern jetzt hier rein. Batsch. Sehr gut. Eins ist weg. Okay. Krass. Gut. Wutsch. Sehr gut. Und zack. Weg. So einfach ist das, Leute. Gut. Dann den Kack-Raketenturm da. Na, jetzt kommt er hier. Okay. Ähm. Gut. So. Dann müssten wir jetzt eigentlich hier durch, hier reinrollen können. Oh, na? Und dann direkt schön auf den... Moment. Nein, nein, nein. Moment. Ich mache hier eine Selbstzerstörung. Oder? Nee. Moment. Quatsch. Blöde Idee. So. Gut. Dann. So. Mach den Bauhof kaputt. Los. Einfach schön reinrollen. Das ist immer... Das ist immer gut. Mach die Kack-Raketenpanzer da kaputt. Finde ich krass, dass sie sich jetzt hier gegen uns verbünden. So, Batsch. Batsch. So einfach geht das mit denen. Wirklich. So. Das ist so eine tödliche Waffe. Wirklich. Zwei... Ah, schon wieder keine Raketenpanzer. Warum? So. Dann macht ihr mal hier den Sammleimarsch. So, Leute. Gut. Die kleinen Panzer als nächstes. Wegmachen, die Kacke. Ihr nervt. Energie. Zack, mal eben mitnehmen. Das ist so geil. Leute. Gut. Ah, ne. Hier standen... Danach... Äh... Hol ich mir die schwere Waffenfabrik. Aber, jo. Das geht schon so. Die rollen da schön durch. Dann noch einmal kurz zwischenspeichern. So. Leute. Batsch. Nein. Oh. Batsch. Dumme Deviatoren, ey. Wirklich. Dann mach den kaputt, dann. Los. Mann, ey. Atreides. Oh. Neutral? Ach nein. Wirklich? Wir werden ab sofort neutral bleiben. Aha. Okay, Leute, das finde ich verdammt interessant. Na dann. Die schießen aber trotzdem noch auf uns. Naja, gut. Äh, haben wir das Ding dann gewonnen? Wenn wir die Orders jetzt hier völlig platt gemacht haben? Die Atreides sind jetzt also neutral. Finde ich interessant, Leute. Finde ich echt interessant. Haben wir das Ding echt fast gewonnen? Das wäre krass. Oh, das ist einfach so eine geile Waffe, dieser Devastator. Wirklich. Leute. So, dann fahrt ihr mal halt mal da drauf. So. Batsch. So einfach geht das, Leute. Gut. Dann kann ich den hier mal dazu benutzen, um da eine Selbstzerstörung zu machen. Genau. Halt bei diesen Silos hier, ne? Die Atreides sind nun feindlich. Was soll das denn? Auf einmal wieder. Hä? Verstehe ich nicht. Ja gut, dann haben wir es doch nicht gewonnen, das Ding. Schade, Leute. Batsch. Sehr gut. So, na gut. Wenn du feindlich bist, dann schmeiße ich dir jetzt halt eine Atombombe auf deinem Raumhafen. So, wo kommen diese Kackmänniken her? Da oben, ne? Gut. Leute, dann, äh... Komisch, ne? Die Atreides, die waren neutral. Sind jetzt wieder feindlich. Batsch. Oh, sehr schön. Eine Energie ist weg. Ha! Und ein Panzer noch. Sehr gut. Na gut. Batsch. Kann ich mit dem Rest ja schon mal die Atreides abschwächen. Ja, warum eigentlich nicht? Die bauen ja keine Schallpanzer. Ne? Die bauen keine Schallpanzer, ne? Das ist ja so krass. Die bauen keine Schallpanzer. Ja, der hat noch genug Energie für die Türme, leider. Okay, dann schießt da drauf da unten los. Schieß mal hier drauf noch. Und dann Butz. Genau. Sehr gut, Butz. Das ist so geil, Leute. Wirklich. Gut, dann speichere ich das nochmal kurz zwischen. Ja, ich weiß. Eins, eins, eins. Und dann hier. So, komm. Weiter Quatz. So, Leute. Und Batsch. Direkt weg. So, gut, Leute. Dann. Wurde ich mal sagen. Jo. Ach, die leerstlichen Gebäude noch im Arsch. Die Orders sind Geschichte mit ihren Scheiß-Deviatoren. Wirklich. War aber nicht schlimm. Also die Atreides-Mission, die war schlimmer. Ganz ehrlich. So, einfach drüber rollen hier. Los. Einfach drüber rollen über die Scheiß-Miniken da. So. Butz. Sehr gut. Batsch. Sehr gut. Jo, dann haben wir das. Machen wir noch den Sammler hier kaputt. Oder... Erstmal den. Zack, weg. So, Leute. Batsch. So. Ja, gut. Schade, Atreides. Dann seid ihr halt auch jetzt Geschichte. Wenn ihr nicht neutral bleiben wollt. Dann, äh, ja. Brauche ich ja eigentlich auch keine Trikes mehr, ne? Ich weiß ja, wo er ist. Ich weiß ja, dass er hier ist. Allerdings, wie komme ich da rein, ne? Von hier unten? So. Reicht jetzt mal so langsam. Tch. Tch. So. Ähm, gut. Es könnte sogar reichen, dass ich den hier kaputt mache. Mit den dicken Dingern. Aber gut. Kampfpanzer, dickes Rohr, Raketenpanzer, weitere Quats. So. Können wir noch so ein paar Verstärkungstruppen gleich aufsammeln da hinten. Batsch. Sehr gut. Meine Güte, ey. So. Den Orders, den haben wir geschafft, Leute. Den Orders-Typen. Sehr gut. Weitere Quats. Und Batsch. Sehr gut. Was haben wir hier? Oh, hier haben wir schon wieder so ein paar Sachen. Hier haben wir schon wieder so ein paar Sachen. Drei dicke Dinger nur, okay. Na gut, da muss ich mehr bauen. So. Batsch. Sehr gut. Schon wieder ein Wurmzeichen. Na gut. So, dann. Mach den kaputt da. Oh. Los. Oh, sehr gut, Leute. Das lief gut. Das lief verdammt gut. Batsch. Hm? Okay. Na, die Energie noch wegmachen hier. Und. Dann würde ich gleich mal auf meine Verstärkung warten. Und dann direkt den Atreides-Typen angreifen. Viel ist es ja nicht mehr. Die Frage ist halt, komme ich hier oben rein? Das ist das. Fahre mal, bis er in der Kunden kommt. Oh. Ja, gut, okay. Aber das ist... Wenn der unbedingt auf meine Raketentürme will. Pff. Ja. Dann kann er noch nicht mal mehr werfen. Okay, Leute. Gut. Ähm. Dicke Rohre. Ja gut, komm. Warum nicht? So. So, Leute. Gut. Ja, wir können hier rein. Das ist gut. Alles klar. Die heilen sich nämlich auch, meine ich, oder? Heilen die sich? Ich glaube, ja. Die Mammutpanzer von Dion 2000. Gut, Leute. Wisst ihr was? Dann mache ich hier meinen Sammelpunkt für meine Verstärkungstruppen. So, das ist doch schon mal ganz gut gelaufen. Und bis jetzt, in der heutigen Aufnahmesession, kein einziger Absturz. Das ist doch auch schon mal was Feines. So. Jo. Da würde ich sagen, kann ich auch mal die Spielgeschwindigkeit ein bisschen hoch machen. Und dann mal ein bisschen hier rumfahren. Genau, Leute. Weil jetzt anzugreifen, soll er mal versuchen. Wirklich. Das soll er mal versuchen. So. Leute. Meine Einheiten kommen. Und, ja. Ich kurve hier nochmal ein bisschen weiter rum. Einfach mal ein bisschen gucken, was hier so gebacken ist. Und dann vielleicht sogar in die Basis reinfahren. Aber ich glaube, das reicht nicht. Nee, nee. Gut. Okay, Leute. Dann. Da kommt er nämlich. Na, dann fahr hier rein los. Wenn du es kannst. Ah, okay. Gut, das reicht. Gut. Spiel speichern. Alles klar. Dann schaffen wir vielleicht sogar in diesem Part die vorletzte Mission. Oh, jetzt ist es aber lahm, Leute. Spieleinstellung runter. Spieleinstellung hoch. Spieleinstellung hoch. So. Können wir es jetzt mal sehen. Die heilen sich tatsächlich bis zur Mitte auf. Tatsächlich, Leute. Du auch bitte mit hoch. So. Ja, das soll der versuchen. Schaut euch das an. Da soll der versuchen das echt nochmal, ne? Gut. Dann Team 1 kann sich mal da sammeln. So. Dann soll der... Dafür sucht er es echt. Ja gut, dann... Du Raketenpanzer. Dann nochmal... Viele Raketenpanzer. Autor des Hand. Perfektes Timing. Ey, wirklich. Ja, das war's, Leute. Den kriegen wir. Wenn der meint, jetzt hier aufmucken zu müssen. Den kriegen wir. Wirklich. Einfach drüber fahren. Ey! Ein dummes Manneken, ey. Wirklich. Naja, gut. Todeshand noch bereit. Das ist mir jetzt scheißegal. Ich glaube, wir kriegen... Ja, aber sowas von, Leute. Aber sowas von kriegen wir den in 10 Minuten noch hin. Natürlich. So, das ist Team 1, ne? Dann ist das hier jetzt das... Verstärkte Team 2. Dann... Fahrt mal da hoch. Schaut euch das an. Richtig gut. Ja. Ansonsten... Pfff... Bleibt mir nicht mehr viel übrig eigentlich, außer die Sammler... ... oder Truppe zu bauen, ne? Wer schießt denn hier? Ja, gut. Sammelt euch erstmal da. Ach, auf den Sammler. Ja, das könnt ihr gerne machen. Das ist kein Problem. Gut, Leute. Ähm... Yo. Ey, das Spiel läuft heute so gut, ne? Ich kann's gar nicht glauben. Bis jetzt auch ohne Legs. Also, in der Aufnahme ohne Legs. Gut, dann würde ich sagen... Äh... Spieleinstellungen... Und runter damit. So, sehr gut. Und ihr... Ihr könnt schon mal da nach vorne fahren. So. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an hier. Mit dem letzten Angriff. Der will ja unbedingt platt gemacht werden, ne? Der hat ja keinen Bock auf... Äh... Alle Allianz. So. Gut, dann... Mach die halt platt. Selber schuld. Selber schuld, Junge. Gut. Dann... Schieß mal da unten drauf, da. Los, auf den Sammler da. So. Leute. Der Luftangriff! Ernsthaft? Macht der Ding genau hier auf die... Auf die... Auf meine Einheit. Nee, wirklich. Ja gut, dann... Daneben. Sehr gut. Und zack. Sehr schön. Sehr gut. Könnt ihr mal den hier kaputt machen? Den da kaputt machen? Den da kaputt machen? Den dummen... Typen da kaputt machen? So. So, Leute. Dann... Haben wir's ja. Ey, das ging easy as pie. Wirklich, diese Mission, ne? Ja, komm, ist gut. Ach, ich sehe noch deine letzte... Dein letzter Verzweiflungsakt, oder was? Wirklich. Ja, das Blöde ist halt... Ich hab nur noch dicke Ruhe. Aber hier sind schon die dicken Dinger. Und die dicken Dinger bringen den Tod. Muss man ja ganz ehrlich mal so sagen, Leute. So. Gut. Dann würde ich schon mal sagen... Äh, hol ich mir erst mal... Quatsch, jede Menge. So. Weil ich glaube, das reicht. Ich glaub jetzt einfach mal, dass das reicht. So. Leute. Gut. Dann schießt immer noch mal da drauf. Aber... Stopp. Noch nicht alle. So, dann hier noch... Ja, gut, komm, dann ist egal. Ähm, genau deswegen, Leute. Äh. Ja, dann schießt immer mit da drauf, so. Okay, dann... Den Raketenturm da oben noch platt machen. Man muss schön bei der Taktik bleiben. So, wir haben eine Todeshand. Die Todeshand, die kann bitte auf den Raumhafen. Der nervt nämlich übertrieben. So. Ja, gut, das war's dann mit Team 1. Egal. Dann ist das jetzt das neue Team 1. So. Team Alpha hier. So. Und... Das trifft. Hohohohoho. Geil. Sehr schön, Leute. Sehr, sehr geil. So. Der hat keinen Raumhafen mehr. Der hat aber immer noch zu viele Einheiten. Finde ich. So. Weg damit. So. Dann fahrt einfach rein. Leute. Macht den scheiß Turm im Arsch. Kann nicht sein, dass der so viel aushält. Macht die Kacke da kaputt. So. Haben wir's jetzt. Dann nochmal. So. Einfach reinfahren und überrollen. Dampfwalzen-Methode. So. Dann einfach hier rein. Bots, Bots. Sehr gut. Weitere Quatze, bitte. Na gut. Und Batsch. Nö, der wollte... Der wollte ja unbedingt, ne? Der steht anscheinend ein bisschen auf... Hier. Keine Ahnung. Der steht auf Sadomaso oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Er hat sich da selber ausgesucht, ne? So. Leute. Dann kriegst du jetzt halt hier den... Den... Dung-Rape. So. Dann kriegst du jetzt hier den übelsten Rape. Na wie gesagt. Masochisten soll's auch geben. Na. So. Leute. Sehr cool. Dann schaffen wir das vielleicht echt noch. Kurz abspeichern. Sehr gut. Geil. Dann haben wir die zweite Mission... Zweite letzte Mission wirklich in drei Parts geschafft. Das ist wunderbar. Das ist ganz... So geil eigentlich. Mach die Kacke da kaputt. Dann nochmal. So. Bauaufweg machen. Los. Brauch er nicht mehr. Der hat noch die kleinen Panzer. Jaja. Alles egal. Nö, der eine Quad, der macht uns jetzt natürlich alle noch kaputt. Alles klar. Tsch. So. Mach den kaputt. Oh Gott. Weg damit. Wie gesagt, der steht ja drauf, ne. Hat ja keinen Bock auf eine Allianz gehabt. Dann musst du halt jetzt dafür büßen. So. Ja gut, schade. Egal. Mensch. So. Alles klar, Leute. Das war's. Die Mission haben wir gewonnen. Würde ich sagen. Äh. Mache ich gleich die Spielgeschwindigkeit hoch. Und... Ja. Gehen wir auf Sammlersuche. Die Mission war ja... Für eine vorletzte Mission war die Mission echt easy as pie. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Wirklich. So, Leute. Batsch. Hier drauf. Und dann speichern. Und dann stelle ich mal die Spielgeschwindigkeit hoch. So. Leute. Dann fahrt mal schnell da hin. Gut. Äh. Haben wir hier noch? Nein, haben wir leider nicht. Ich hoffe aber, wir haben genug Quatsch. Ja, wir haben genug Quatsch. So. Ähm. Gut. Dann macht ihr jetzt nochmal diese beiden Sammler da kaputt. Drei Minuten haben wir noch. Ich glaube, das schaffen wir sogar. Das schaffen wir sogar. Der will die nämlich abholen, aber das schaffst du nicht mehr, Junge. So. Weg damit. Sehr gut. So. Jo, das war's. Mehr gibt's nicht. Noch ein paar Sammler und das war's. Gut. Würde ich mal sagen, Leute. Oh, die Mucke, die passt gerade. Die Sammler-Truppe. Sammelt euch mal hier. Los. Cool, Leute. Da haben wir die Mission echt geschafft. Das hätte ich nicht erwartet. In drei Parts. Wirklich nicht. Es war echt eine easy Mission, ne? Drei Basen. Aber ich hab halt... Ja, bei den Hakon muss man wirklich... auf die, äh... auf die dicken Dinger setzen. Komm, mach den kaputt. Ja, ja, der ist weg. Sehr gut. Die Sammler-Truppe ist echt super. Schaut euch das mal an, wie schnell die Sammler kaputt gehen. Oh, Moment. Spiel speichern. Atreides wurden ausgelöscht. Okay. Die Orders, die haben irgendwo noch Sammler. Äh, Moment. Ich guck gerade mal auf die Minimap. Ja. Ich bin mit meinen Augen echt davor. Vielleicht hier oben in der Ecke noch. Nein, hier. Mhm. Ja, der will den noch abholen. Oh, wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft, Leute. Geil. Die letzte Mission, ey. Aber richtig gut. Okay, Leute. Dann würde ich mal sagen... Jo. 632, 72 Einheitenpunkte. Schon geil, ja? 1143 Punkte. Nicht schlecht, Leute. Nicht schlecht. Nur Haushacken wird überleben. Oh, ja, Leute. Das so sieht's aus. Richtig gut. Ja. Wir haben jetzt hier, äh, die... 98% des Planeten haben wir. Und wir haben die Orders ganz schön vernichtend geschlagen, ey. Die Deviatoren von denen, die hatten keine Chance, mich irgendwie zu nerven. Das war so geil. Und jetzt geht's in den letzten... In der letzten Mission des ganzen Spiels, Leute. Gegen die Atreides. Jawohl, Leute. Dann würde ich sagen, jo. Die Mission war easy. Wenn euch das gefallen hat, was ihr gesehen habt, lassen wir doch gerne ein Like oder ein Abo da. Äh, würde mich sehr freuen. Und, ja, dann schneide ich das jetzt zusammen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag, ne? Tschö, tschö.